Ja krass So ich glaub das war die Insel wo wir hin müssen Leuchtet schon wieder irgendwas Was leuchtet denn da Leuchten mehrere Sachen, das ist ja witzig Ja mit kristall in grün und in rot Voll geil Zwei grüne Wow Läuft würde ich sagen Leg den mal hier hin Adventskack Rechte advent oder sowas Hm Advents äh Special Aktion So hier ist noch ein Logbuch oder? Sieh mal davon aus Oder was zum Buddeln wieder? Ja Ich weiß es gerade nicht Weil zum Buddeln haben wir jetzt hier nix Dann muss es ein Logbuch sein Wir wissen wir dass wir nix zum brüllen haben Achso oder vielleicht in der in der Quest Ich hoffe der Insel abgelaufen Das ist ja eine andere Insel Okay Ne da müsste eigentlich Ist das auf ein Schiff? Ja ja Okay Ähm dann müsste eigentlich auch irgendwo hier ein Logbuch sein Guck mal mit der Laterne ob da nicht was zum Buddeln ist Ich bin mir ziemlich sicher dass das eine Buddelinsel war Ah Achso so ist das Also wie ich das vorhin bei der einen Insel aufgedeckt habe Das ist genau Ah ja Stimmt Au Und am besten ein bisschen zügig Weil wir stehen unter Bombardement Ja Ich kann gerade nicht buddeln weil äh So ein Geysir ist Das ist schlecht Ja Ah jetzt Ah jetzt Ich hab's Ah Dafür blärts schon So Dann nehm ich noch den Kristall mit Und dann geht's ab Scheiß Kristall Scheiß Kristall Okay jetzt leichts mir Gut Und los Wo müssen wir hin? Ich bin noch nicht zum Gucken gekommen Wir wurden gerade schon wieder angeschossen Ja genau Wir haben noch zwei Inseln Ich würd sagen wir fahren erstmal nach Sinde also Südwesten Südwesten Okay hab ich schon eingeschlagen Fast Wir müssen die große Insel zum Schluss machen Die Flintlock Ja genau Die ist voll die ist voll die ist voll Der Mast ist super Er schaut super aus Den Kristall hattest du jetzt noch? Den Kristall hab ich mitgenommen ja Weil hier nur zwei Ach ne die liegen so ästlich ineinander wieder Ja die sind gestackt Mehr westlich Mhm So Ein bisschen noch Das ist schon die vor uns oder Flintlock Nee Okay Achso ja aber ich dachte wir fahren jetzt erst zu Südwesten Achso Oder wollen wir erst Flintlock die wäre vor uns Achso Ne ähm Ja wenn wir schon hier sind Wollen wir gleich Flintlock Lägen wir gleich hier an Ähm Warum hatten wir die markiert da ist gar nichts oder wie ich weiß es nicht warum wir die markiert haben vielleicht ist ja hier wieder so ein buddell quest also ein buddell so ein schatz was gibt es hier und Vielen Dank. Ach nö. Ach nö. Lass mich jetzt in die Ruderbootkiste gucken spiel. Ich will looten. Looten. So, wo ist das Schiff? Hm. 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 Ich glaube ich weiß wieder was hier Sache war. Was war hier Sache? Wenn ich mich recht erinnere müssen wir erst woanders hin damit die Insel hier triggert. Ach so. Okay. Also so gesehen sind wir hier glaube ich richtig wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber wir müssen erst woanders hin damit das auf dieser Insel wirklich los geht. Hm. Okay. Oh. Unser Schiff hat Schaden bekommen. Ja ich schwimm schon. Das Wasser ist so ein bisschen warm. Ja. Ein bisschen. Alter. Oh nein der Mast ist gebrochen. Ich bin noch auf dem Weg zu dir. Ich hoffe ich schaff's durch das heiße Wasser. Das wird knapp aber es passt. Ist schon mal aufgefallen der Eimer kocht. Ja ja ist mir auch aufgefallen. Voll geil. Nettes Detail. So wir müssen erstmal wieder den Mast aufrichten. Okay. 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 Wir wollen von hier nach Westen. Mhm. wird jetzt Wasser okay schießt er von uns wow sind wir da wollten wir auch hin da war noch ein Logbuch oder auf Sinter Islet auf Sinter Islet war noch ein Logbuch glaube ich schon werden wir gleich sehen ja genau und und dann und und Entweder Buch oder Buddeln, aber das lässt sich herausfinden. Das ist ja sehr klein, die Insel. Weißt du, was toll ist an kochendem Wasser? Was denn? Du kannst das Leuten ins Gesicht schütteln und die tun sich weh. Vor allem deinen Mates. Ja, wenn du sie ärgern willst, dann schon. Hm, da ist es wohl ein Logbuch. Dann, ne, hier ist er. Ah, okay. Artefakte abgeschlossen. Check. Nice. Wollen wir in die Artefakte hinstellen, oder hast du die mit auf den Haufen vom Rest? Auf den Haufen. Das ist, da ist praktisch ganz vorne, ist das ein Artefakt bei diesen Hüter des Arschkladenfluchs. Nein, eine Schwefel-Statulle. So. Ne, die Schwefel-Statullen sind normal. Die drei Dinger stehen jetzt drunter. Genau. Der Hüter des Arschkladenfluchs. Das ist eine Schwefel-Statulle. Wo müssen wir jetzt hin? Also Flintlock Peninsula müssen wir noch was machen, damit es angetriggert wird. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich glaube, Fetchers Rest musste man vorher, weil es heißt ja, glaube ich, auch Fetchers Ruhestätte oder so. Ah, ja. Stimmt. Dann müssen wir da hin. Dann fahren wir nach Norden. Dann fahren wir nach Norden. First Pass. Mhm. Sehr gut. Gut. Okay. Oh, shit. Zip 1988. Danke für den Follow und willkommen an Bord. Hi. Grüß dich. Jetzt haben wir Ekleidung bei Fetchers Rust. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich mit der Laterne... Nee, wir müssen von hier aus das Schiff spotten. Von hier aus? Ja, es ist von hier aus zu sehen, heißt es im Text. Ach so. Also vermute ich mal, dass das hier irgendwo zu sehen ist, während man bei der Insel ist. Da hinten. Ah ja, genau. Stimmt. Cool. So. 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 So.